Reaktion Mal sehen wir in der Nähe Puls, unten Ah, ich hab die beste Engel darauf gehabt, alter Tim, Tim, Tim Halt die Fresse, ich hab den besten Engel darauf gehabt Kannst du die einfach in die Schnauze halten? Let's go rein da Du Huber Was hast du wohl Jetzt Ich hab ne Kamera Ja Nein Ja 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 Äh das kan nicht sein er guckt den Fallschneid an muss ich erstmal dorthin finden da 5 Sekunden noch 6 doch haltet Ausschau nach Gegnern die eure Bomben entschaffen wollen schade bei mir war nur Fuse ja hab's auch gehört du wirst entdeckt wenn du in dieser Zone bleibst du wurdest entdeckt oh und da ist einer schon hin ja hab sie 4 Jungs tötet die Mann nicht wenn ihr die sieht ja 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 da ja ja j ja 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 Ja, ja, ja Wie hab ich das überlebt? Ich bin in der Matrix! Junge! Ich bin lustig Ich bereite ein Nestchen vor! Ja, der schluckt wie ein Weltmeister Und Gridlock auch, und Gridlock Lade Munition Ein Gegner What? So vier Schluck, fünf Headys Ich wollte sie vier Kill machen Aber nicht Aber natürlich Okay, du leg dich lieber weiter nach links Siehst du ganz runter Uh! Ich hab grad durch die Treppe abgeschossen Ich hab grad durch die Treppe abgeschossen Von unten Ja, komm Das ist ja krank Danke Da wird auch auf unser... Flitze-Pope Leute, seid ihr auch nett Das ist ja dabei The way to Stalingrad Okay, äh, einer ist... Fuck you! You don't know shit, nigga Ähm, nein Alles klar Alles klar, ich hab geschossen Ich hab geschossen Ich hab geschossen Hey, das mal alle ja machen wir dort Wir haben ihre Versuche Den Behälter zu sichern eingestellt Die Gegner sichern den Bio-Befahrgut-Behälter Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt Den Bio-Befahrgut-Behälter Ich hab für den einen abgeschnitten Ich hab für den einen abgeschnitten Alter! Okay, stark kurz beim Internet nochmal Was kann ich? Was kann ich jetzt bitte dafür? Was... Jetzt erklär mir mal Was ich dafür kann Wenn du so scheiße bist Was kann ich denn dafür? Was kann ich denn dafür? Lass dir jetzt erstmal kurz den Arsch facken Und dann sehen wir weiter Mein kill, du mein kill Ich fahre Fahrst du übrigens von einem Euro auf, ne? Wie schnell hast du... Du kennst da jetzt... Bei mir ist ein Montel You're all in kleinen Kindern Oh Bei mir ist ein Montel Ach du... Alter Alter Lepp Für uns dann schon Für uns dann schon